Mehr für die Mehrheit, weil zu viel zu wenig habe. Für ein soziales, ökologisches, friedliches und buntes Hessen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen an erster Stelle stehen und nicht die Profite von wenigen. Wir wollen, dass das Leben planbar wird und niemand Angst vor Altersarmut haben muss. Wir wollen eine Welt, in der mit Krieg keine Geschäfte gemacht werden können. Dafür muss ich vieles ändern in unserem Land, im Parlament, im Alltag und in der Köp. Gemeinsam können wir das schaffen. Die Linke ist die entscheidende soziale und ökologische Opposition gegen die Landesregierung von CDU und Grüne. Wir machen Druck von links für den Politikwechsel. In Hessen haben wir immer mehr Menschen, immer weniger. Und ein paar wenige Menschen kreieren dafür immer mehr. Und das muss ich ändern. Deshalb fordern wir, mehr für die Mehrheit, finden Sie auch, dann solltet es am 28. Oktober die Linke wählen. Mehr Lohn und sichere Jobs Vom Lohn der Arbeit muss man gut und sicher leben können. Wir wollen Befristungen von Arbeitsverhältnissen ohne sachlichen Grund verbieten. Statt Leiharbeit, Minijobs und Missbrauch von Werkverträgen schaffen wir gute Arbeit mit gutem Lohn. Der Mindestlohn erhöhen wir auf 12 Euro. Im öffentlichen Dienst werden wir offene Stellen besetzen und neue Stellen schaffen. Mehr für die Klane. Armut bekämpfen wir wollen ein Land, in dem alle Menschen in Würde und frei von Armut leben können. Kein Kind in Hessen hat es verdient, in Armut aufzuwachsen. Jedes Kind hat Ansprüche für Kindergrundsicherung. Kitas werden gebührenfrei und ein kostenfreies Mittagessen in Kitas und Schule für alle Kinder wird selbstverständlich. Mehr bezahlbare Wohnungen schaffen Unsere Städte sind nicht nur für die Reicheltung. Wir schaffen mindestens 10.000 neue Sozialwohnungen und 2.000 Studierende Wohnungen im Jahr. Sozialwohnungen sollen künftig auf Dauer erhalten bleiben. Wir verbieten die Spekulation mit Wohnungen. Niemand soll mehr als ein Drittel seines Gehalts für Wohnungen ausgeben müssen. Mehr auf dem Land investieren. Für lebenswerte Städte und Gemeinde. Besonders auf dem Land brauchen wir mehr Ärztinnen und Hebammen. Für eine gute Versorgung in die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen schaffen wir neue Ställe. Schule und Kitas werden wir erhalten. Kultur- und Freizeitangebote ebenso. Busse und Bahnen müssen wir häufiger fahren und den Breitbandausbau jedes Haus erreichen. Mehr Lehrer für kleinere Klasse. Gerechte Bildung von Anfang an. Dafür brauchen wir mehr Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schulpsychologinnen und Sozialarbeiter. Die Schulgebäude müssen erneuert werden. Die Linke will gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse. Der Ausbau von Ganztagsschule muss schneller gehen. Mit uns wird Bildung für alle gebührenfrei. Kita-Gebühren schaffen wir ab und entlastet damit Familie, die jetzt noch für die Betreuung zahlen müssen. Beim Land Hessen schaffen wir mehr Ausbildungsplätze und bauen die Berufsschule aus. An der Hochschule muss Bildung kostenfrei bleiben. Das Klima vor dem Kapitalismus schütze. Mehr Busse und Bahnen. Energie aus Windkraft und Sonne wollen wir weiter ausbauen und dort damit das Klima retten. Die Verbrennung von Kohle zur Stromerzeugung, die muss beendet werden. Fracking muss verboten werden. Wir wollen den öffentlichen Verkehr ausbauen und attraktiver machen, besonders im ländlichen Raum. Busse und Bahnen werden billiger und beste ganz kostenlos. Mehr Solidarität und Menschlichkeit. Gehe rechts. In Hessen ist kein Platz für Hetze und Rassismus. Wir stehe für ein gutes Miteinander von allen Menschen, egal welche Hautfarbe, Religion und Herkunft zu haben. Jede Verschärfung des Grundrechts auf Asyl lehnen wir ab. Wir werden auch weiterhin gehe Abschiebungen von Hessen aus protestieren und sind für ein Bleiberecht für alle. Wir wollen die soziale Sicherheit für alle Menschen in Hessen verbessern. Mehr für den Frieden gehe Waffenexporte und Rüstungsproduktion. Hessen darf nicht länger Waffenschmiede sein. Rüstungsbetriebe stellen wir auf friedliche Produkte um. Wir wollen die Friedensforschung an Hessens Hochschule ausbauen. Waffenexporte müssen gestoppt werden. Alle Auslandseinsätze der Bundeswehr wollen wir beenden. Die Werbung der Bundeswehr an Schule verbieten wir. Mehr Gerechtigkeit. Millionäre endlich höher besteuern. Vergroße Vermöge von mehr als einer Million Euro, wenn wir wieder eine Vermögenssteuer erheben. Die Lohnsteuer für durchschnittliche und niedrige Einkommen senken wir und erhöhen den Spitzesteuersatz. Damit es gerechter wird in unserem Land, sollen die Superreiche endlich mehr Steuern bezahlen. Steuerhinterziehung werden wir bekämpfen und mit mehr Steuerfahnder verfolgen. Die Kommune in Hesse wollen wir finanziell besser ausstatten. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Doch leider handelt die Regierung aktuell nicht im Interesse der Mehrheit. Das wollen wir ändern. Wir stehe für soziale Gerechtigkeit und gehe der Rechtsruck. Wir kämpfe für ein friedliches Hesse, in dem kein Mensch in Armut leben muss. Wähle es am 28. Oktober 2018 Die Linke.